Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Ich weiß, es ist schon das zweite in Folge, aber nach so einem Computer-Crash gibt es natürlich einiges zu sagen. Wie zum Beispiel auch hier zu Assassin's Creed 4, meine lieben Freunde. Ich habe ein Problem. Ich habe ein ganz großes Problem. Okay, ich habe... Also bei der Problematik mit meinem PC ist mein Assassin's Creed 4 Spielstand kaputt gegangen. Also nicht kaputt gegangen, der ist weg. Der ist einfach weg. Ich habe jetzt das Spiel neu drauf installiert und ich werde versuchen, das jetzt irgendwie nachzustellen. Also das wird eine ganze Ecke dauern, bis ich das nachgestellt habe. Ähm, ich werde es nicht genau so machen können, wie es ist. 100%ig nicht. Aber ich werde es bis auf 50% von der Hauptmission auf jeden Fall bringen. Oder wie viel wir hatten, das gucke ich dann in den Videos nach. Und, äh, ich werde das dann, ähm, ja, genauso nachstellen, hoffe ich. Dass wir dann ungefähr denselben Stand haben, was Geld und so angeht und alles. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich habe jetzt ein paar Folgen und ich werde höchstwahrscheinlich danach, wenn das vorbei ist, werde ich dann, also wenn diese Folgen vorbei sind, werde ich wahrscheinlich erstmal, äh, zwei Folgen, äh, League of Legends laufen lassen für euch jeden Tag. Und, ja, bis ich dann wieder bereit bin, ne. Also ich hoffe, ich kriege, vielleicht finde ich den noch irgendwo in Papiergruppen oder sowas. Ich glaube zwar nicht, dass der da drin ist, aber die Hoffnung stimmt zuletzt, ne. Und sobald, äh, sich da was tut auf Facebook oder auch, oh, naja, wahrscheinlich auf Facebook, wird sich, wird sich da was Neues dazu geben. Und, ja, für alle, die jetzt in Session 3 bis jetzt geguckt haben, also es wird nicht ausfallen, ich werde es bestimmt nicht hier bei Session 3 machen. Es wird auf jeden Fall weitergehen, ich weiß bloß nicht wann. Also ich versuche es so schnell möglich zu machen. Ja, das war's für jetzt zuerst mal. Äh, warum das Hintergrundbild, ähm, naja, also das Video soll ja wenigstens ein was Erfreuliches bieten, ne. Wenn du verstehst, was ich meine. Hm? So, sieht schon gut aus und, weißt du, naja, wir sehen uns dann, ciao.